Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video zeige ich dir, wie man eine Zahl in ihre Primfaktoren zerlegt. Dazu habe ich hier mal drei Zahlen vorgegeben, die ich gleich mir nach der Reihe vornehmen werde und jeweils Erläuterungen dazu gebe. Was wichtig ist, ist natürlich, dass du eine Liste von Primzahlen parat hast. Also die Primzahlen, die solltest du kennen. Entweder hast du die auswendig gelernt oder du hast halt eine entsprechende Liste. Bis wohin du die auswendig lernen sollst, müsstest du dann am besten mit deinem Mathelehrer besprechen, was da verlangt wird. Ob du jetzt bis 50 oder vielleicht sogar bis 100 alle Primzahlen kennen musst. Vielleicht dürft ihr euch aber auch eine Liste daneben legen, so wie ich das jetzt hier gemacht habe. So, schauen wir uns mal die 70 an. Ja, wie gehe ich vor? Ich mache folgendes. Ich überlege mir, welche Primzahl steckt in der 70 drin und was bleibt dann übrig? Und das, was dann übrig bleibt, bearbeite ich dann weiter. Ich glaube, am deutlichsten wird es, wenn ich das jetzt einfach mal mache. Ich gehe also die Reihe der Primzahlen durch und überlege, durch welche Zahl ist die 70 teilbar. Und ich fange ganz vorne immer an. Also, ist die 70 durch die 2 teilbar? Ja. Deswegen schreibe ich jetzt hier direkt die 2 hin und überlege mir, was kommt denn da raus, wenn ich 70 durch 2 teile. 70 durch 2, das sind 35. Das ist jetzt meine neue Zahl. 70 ist nämlich 2 mal 35. Jetzt bearbeite ich diese 35 weiter. Die 70 kann ich jetzt eigentlich im Moment erstmal vergessen. Jetzt schaue ich mir die 35 an und überlege wieder. Von vorne anfangend, ist die 35 durch 2 teilbar? Nein. Ist sie durch 3 teilbar? Nein. Ist sie durch 5 teilbar? Ja, ist sie. Also schreibe ich jetzt hier die 5 hin und überlege, was kommt heraus, wenn ich 35 durch 5 rechne. Da kommt 7 raus. 7 ist eine Primzahl. Ich bin jetzt also fertig. Ich kann jetzt hier hinschreiben. 2 mal 5 mal 7. Ja, also die Primfaktorzerlegung von 70 lautet 2 mal 5 mal 7. Jetzt kannst du auch das Wort hier vielleicht ganz gut verstehen. Diese 70, die wurde zerlegt in drei Faktoren. Faktoren sind immer Teile einer Malaufgabe. Und das sollen Primfaktoren sein. Also die Faktoren sollen alle Prim sein. Und Prim sind sie halt, wenn sie Primzahlen sind. Ja, 70 ist gleich 2 mal 5 mal 7. Die Primfaktorzerlegung von 70 lautet 2 mal 5 mal 7. Okay, kommen wir zum nächsten Beispiel. Die 60. 60 geht durch 2. Ich schreibe also die 2 hin und merke mir die 30. Denn 60 durch 2 sind 30. 30 geht durch 2. Dann schreibe ich hier nochmal die 2 hin. 30 durch 2 sind 15. 15 geht nicht durch 2, aber geht durch 3. Also kommt hier die 3 hin. Und 15 durch 3 sind 5. 5 ist eine Primzahl. Ich bin fertig. Ja, die Primfaktorzerlegung von 60 lautet 2 mal 2 mal 3 mal 5. Es kann sein, dass von dir verlangt wird, dass du das dann in Potenzschreibweise noch angibst. Das würde bedeuten, dass du hier die gleichen Faktoren als Potenzschreibst. 2 mal 2 ist ja das gleiche wie 2 hoch 2. Ja, also wäre das dann 2 hoch 2 mal 3 mal 5. Auch das solltest du dann mit deinem Mathelehrer klären, ob diese Schreibweise reicht oder ob du das auch in der sogenannten Potenzschreibweise angeben musst. Gut, dann haben wir das Beispiel auch fertig. Und das dritte Beispiel, da habe ich mal eine etwas größere Zahl genommen. Aber auch da werden wir gleich sehen, das ist durchaus machbar. 234 geht durch 2. Auf jeden Fall. Das ist nämlich eine gerade Zahl. 234 geteilt durch 2. Das sind 117. 117 geht nicht durch 2. Könnte eventuell durch 3 gehen. Nein, die Teilbarkeitsregeln solltest du eigentlich jetzt vor kurzer Zeit dann gehabt haben. Teilbarkeit durch 3 mal eben überprüfen. 1 plus 1 plus 7 sind 9 und 9 ist durch 3 teilbar. Also ist 117 ebenfalls durch 3 teilbar. Also geht das durch 3. Jetzt müssen wir nur noch überlegen, was kommt da raus. 117 durch 3. 120 wären 40. Das sind 3 weniger. Also 39. 117 durch 3 ergibt 39. Das kannst du natürlich auch schriftlich rechnen. Ich habe das jetzt im Kopf gemacht. 39 geht nochmal durch 3. Also mal 3. Und 39 geteilt durch 3. Das sind 13. Und 13, das ist eine Primzahl. Ich bin also wieder fertig. Mal 13. Auch das kann ich wieder in der Potenzschreibweise angeben. Also 2 mal, 3 mal 3 ist 3 hoch 2. Mal 13. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ich hoffe, du konntest es nachvollziehen. Probier es doch mal selber an ein paar Beispielen aus. Und vergleich das mit hoffentlich vorhandenen Musterlösungen. Du kannst mir gerne einen Kommentar da lassen. Ich würde mich freuen, wenn du das Video likest. Wenn du meinen Kanal abonnierst. Und schau dir doch auch noch meine anderen Videos an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.